jo leute was geht willkommen zu eldenring willkommen zurück zu eldenring ich habe folgendes vor ich möchte gerne ich weiß noch nicht ob es eine video reihe wird auf jeden fall möchte in diesem video schauen wie schnell und mit welchen 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 items man op werden kann bevor man margit bekämpft und ich habe hier mal ein bild vorgeschlagen kann ich mal hier oben verlinken vor ein zwei wochen mit dem flambeer mit der blutflammklinge und dem talent wo man mit dem schwert so ein strahl nach vorne schlägt und den würde ich gerne ausprobieren und vor allem möchte ich dann ausprobieren ob man den bevor man überhaupt margit besiegt margit ist ja so der erste boss ob man den bild machen kann wie lange das dauert und ob es schwierig ist bevor man margit hat kommt ja bald demnächst der dlc raus wir haben noch nicht wirklich infos dazu wann er kommt aber so lang kann es eigentlich nicht mehr dauern wenn ihr da nichts verpassen wollt lasst gerne mal ein follow auf den kanal da wir holen uns erstmal das pferd so ich werde natürlich durch cutten ihr müsst euch jetzt hier nicht eine stunde lang gameplay angucken aber ich werde euch immer ein bisschen erklären wo wir als nächstes hinlaufen für die veteranen schon mal kurz als schnelldurchlauf pferd holen flambeer schulen blutflammklinge holen talent holen riesen drache besiegen leveln schmiedesteine holen und dann margit besiegen ich hoffe dass das ganze nicht länger als eine stunde dort also es müsste eigentlich schnell machbar sein und ja sehen wir uns wieder wenn wir denn das pferd haben so an der gnade angekommen wo es das pferdchen gibt ich spiele übrigens die klasse mönch heißt nicht mönch hier ist irgendwie anders auf jeden fall die womit ich schon diesen zwei finger tages man haben damit ich den ich extra kaufen muss und er hat auch eigentlich richtig gute werte für blutflammklinge und flambeer ja so jetzt wollen wir uns hier links ganz wichtig als erstes machen als flasche so hier links in auch man es ist alles zu viel hier links in den kisten da gibt es eine kiste da ist eine ganz wichtige waffe drin die leute die meine speedruns gesehen haben werden das wissen hier ist eine waffe drin der ich sag es euch sofort der flagel und den flagel brauchen wir der flagel hat nämlich ein cooles talent und macht blutungsschaden und genau das wollen wir haben ich würde sagen als nächstes sehen wir uns bei festung fahrroth muss gerade überlegen ganz wichtig ist auch hier bei diesem fahrenden gedöns hier links hoch und da oben die gold den goldenen federtier fuß zu holen damit wenn ich gleich den riesen drache besiege 20 prozent mehr ruhen bekommen nicht vergessen ganz wichtig außerdem würde ich auf jeden fall auch empfehlen direkt zu beginn zur halbinsel der tränen zu gehen hier gibt es drei kirchen heißt drei goldene saaten es gibt einmal blut so ein item was man einsetzen kann auf seine waffe damit man mehr blutung macht ich weiß nicht mehr wie das jetzt zum blut klumpen sehen wir gleich hier gibt es ein paar schmiedesteine zum aufsammeln auch sehr wichtig und falls ihr den bild hier bis zum ende durchspielen wollt es gibt ganz auf einem kleinen türmchen gibt es ach was erzähle ich überhaupt in den kirchen gibt es keine goldene saat in den kirchen gibt es natürlich die den trank womit man die flasche verbessert war ich bin echt lange aus aus allen ring die plus drei ist die flasche dann so rum war das die erste kirche sehen wir hier rechts direkt im wahnsinnigen dorf mann 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 ich muss echt mal wieder ein bisschen mehr eldenring spielen ich bin echt ich freue mich echt wenn der dlc draußen ist damit ich hier mal täuferkirche von kalu genau heilige träne ist es so das meinte ich meinte ich doch heilige träne nicht goldene saat nichtsdestotrotz hier gibt es auch eine goldene saate können wir auch mitnehmen goldene saat gibt ja mehr heilung also mehr flasks kann man auch mitnehmen und ich würde sagen wir sehen uns wieder ja festung fahrrad wie ich eben schon gesagt habe während ich hier auf dem weg zu festung fahrrad bin können wir kurz darüber reden welche sachen ich alle nicht einsammeln und wieso ich die nicht einsammeln zum beispiel das schildkröten schwer schildkröten schild oder der schildkröten talisman der die ausdauer erhöht nehme ich beides nicht das schild ist eine belastung die ich nicht haben will und den talisman kann ich nicht tragen bei margit weil ich habe nur ein talisman steckplatz und dieser steckplatz ist ganz doll reserviert für radagons siegel daher kann ich mir den schildkröten talisman nicht holen bzw können wir holen aber ich kann halt nicht einsetzen und ich will falls ich in der art noch mehr videos mache immer schauen was am meisten sinn macht vor margit also es ist jetzt hier kein full bild mit dem man das ganze spiel durch spielt sondern wirklich nur dem bild vor margit also wie schnell kann man op werden vor margit bevor man überhaupt irgendwas anderes an bossen besiegt so bei festung fahrrad angekommen hier gibt es das radagons siegel das ist ganz wichtig und hier würde ich euch echt empfehlen rennt einfach durch ihr könnt die gegner mit eurem level 1 tut hier nicht besiegen ihr seid one shot ihr macht keinen schaden also läuft hier einfach durch und vergiftet das schlecht wenn ihr das radagons siegel habt radagons wund siegel perfekt dann braucht ihr auf geschicklichkeit noch ein level dann könnt ihr den flegel nutzen und dafür könnt ihr dann später hier den drachen besiegen also das machen wir gleich wir machen jetzt holen wir uns erstmal hier unten bei radan das flambeer so flambeer am start übrigens keine sorge radans festung ist natürlich voll von gegnern wenn ihr nicht wissen sollte wo es das flambeer gibt dann checkt auf jeden fall noch mal dass mein anderes mit dem bild mein anderes video mit dem bild aus ich hole mir jetzt hier nur eben die gnade weil warum nicht so flambeer am start ich kann mich aber eben stärken lassen flambeer am start radagons wundsiegel am start den flegel am start ein paar saaten ein paar ich habe schon wieder den namen vergessen diese anderen dinger jetzt brauchen wir nur noch blutflammklinge und das talent ich würde sagen wir holen uns erst mal die blutflammklinge weil das talent können wir einfach bei banal kaufen bei dem toten wasser tibersee fahrer ich glaube es kostet 1000 irgendwas rum aber wir haben schon flambeer stand blutflammklinge das talent so wir sind gleich sind gleich schon fertig sind gleich schon ready dann noch ein paar schmiedesteine dafür hole ich mir klang perle 1 und 2 dann ist die waffe auf zwölf und damit können wir dann margit besiegen hier ist die rosenkirche blutrosenkirche und da ist der blutflammklinge und da ist der blutflammklinge so jetzt zu bernal und dann den riesen drachen keller sind wir schon fertig leute ah ne noch zwei klang perle 1 stimmt ich hole mir jetzt noch eben schnell die wundersame arznei weil auf dem weg zur blutflammklinge habe ich das geschicklichkeit die geschicklichkeitstrainer eingesammelt die bringt dann noch mal fünf geschicklichkeit auswählen gibt es hier unten auch noch ein paar schöne säen beziehungsweise genau runen nehmen wir noch so ein soul zunigasum das war nicht wieso denn die nicht einfach bei säen geblieben sind anstatt runen naja wo nunsten die arznei dann zu bernal den drachen klang perlen kriegsasche sturmklinge 1800 das kaufen wir danke bernal schön 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 und jetzt geht es zum großen drachen so der drache ist dauernd der goldene federtier fußes drin wenn man noch mal schauen wie viele gibt fünf drachen herzen und insgesamt 97.000 schön so die investieren wir jetzt schön in unser flambeerisch und in level aber zuerst holen wir uns natürlich noch die klang perlen also 10er kann 15 glaube für flamme gibt mir kraft und blutflammklinge ich würde 20 leben machen 16 geist und den rest baller ich alles in kondition das ist super haben sogar noch ein bisschen über später für die schmiedesteine und jetzt gehen uns die schmiedesteine holen kristalltunnel von selia ist klang perle 1 das ist unser erster zielort wir haben sogar fast genug einfach so eingesammelt übrigens als orientierungspunkt für den kristalltunnel von selia könnt ihr euch immer hier diese glocken festung nehmen weil genau dahinter ist der eingang zum kristalltunnel von selia und ich überlege gerade ob ich überhaupt die zweite klang perle holen möchte für schmiedestein 3 und 4 weil dafür müssten wir die zweithälfte vom aufzug holen im vectus medallion ist an sich kein problem ist auch kein problem eben in den kristalltunnel von raya lucaria zu gehen das ist nicht das problem sondern es kostet halt viel zeit und ich will hier schon ich will schon auch darauf achten dass wir unter eine stunde bleiben und wir sind jetzt bei einer zeit von 50 minuten und ich bin schon echt durchgerattert ich glaube ich glaube ich guck mal wie ich glaube wir machen nur spielstein 1 und 2 aber halt im hinterkopf ihr könntet es euch noch einfacher machen die zweite hälfte vom vectus medallion holen bei kennet da war ich auch eben kurz in der nähe und dann einmal in den kristalltunnel und euch die zweite klang perle holen so klang perle am start jetzt schnell flamberg aufleveln talent reinballern und dann geht es ab zu margit wir sind aufnahmezeit bei 54 minuten das ist auch ein super titel eigentlich op in einer stunde finde ich oder kriegsasche drauf das hier wir nehmen natürlich also ich will ich wertig nehmen wegen geschicklichkeit nämlich auch ja das sehen wir ich muss ganz kurz die klangperle abgeben ich kaufe die scherben und dann sehen wir uns bei margit so margit komm ran actually wäre sowas wie eine bessere rüstung oder so gut wo ich mal ein bisschen was aushalte da hätte man vielleicht noch 5 minuten investieren können wenn ich darüber nachdenke aber sei es drum sei es drum sei es drum du kannst vergessen wie eklig der ist ey ich komm mir nicht weg die waffel ist so stark mit dem talent und love it ich könnte mal die blumenflammenklinge reinhauen genau da wo ich den knopf drücke ne das ist ja so typisch man braucht schon noch ein bisschen skill aber war eigentlich gar nicht so schwer flambeer ist auch plus 6 ihr könnt ihr noch auch plus 12 machen standard bekleidung radagons wundsiegel wie fand ihr das würd mich sehr freuen wenn ihr dem video ein like da lasst und follow falls ihr da mehr davon sehen wollt und lasst mich unten in den kommentaren mal sehen was ihr für ideen hättet wie man in unter einer stunde so op ist dass man margit easy schafft ich muss gestehen ich bin einmal gestorben aber das liegt nicht daran dass der bild schlecht ist sondern dass ich schlecht bin beziehungsweise ein bisschen eingerostet bin wenn ihr mehr davon sehen wollt hier verlinke ich euch nochmal den bild und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute haut rein amen